Wir sind zu Hause, Max. Hier bleiben wir. Das hast du schon neunmal gesagt. Wir werden nicht mehr umziehen. Besprochen. Wir haben einen neuen Schüler. Mr. McGrath. Max McGrath. Ja. Jim McGrath's Sohn? Warum weiß in dieser Stadt jeder mehr über Dad als ich? Sie kannten meinen Dad. Erzählen Sie es mir. Ich weiß nichts über seine Arbeit. Diese Vorrichtung kann eine Kraft nutzbar machen, die stärker ist als alles, was die Menschheit je gesehen hat. Er stand kurz vor einem Durchbruch. Was bin ich? Äh, Max. Bleib weg von mir, stopp! Mein Name ist Steele. Mein Gott, du kannst sprechen, das ist... Max! Meine Mom kommt. Ist dieses Meine Mom gefährlich? Was? Nein, 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 nein! Komm her! Du solltest dir mal sauber machen, Kumpel. Hab ich dir das zu verdanken? Nein, Max. Dein Vater gab dir diese Kraft. Aber ich zeige dir, was du damit anfangen kannst. Legen wir los! Du kannst deine Energie auf viele unterschiedliche Arten nutzen. Du kannst schneller laufen. Du wirst stärker. Das Beste hab ich dir doch noch gar nicht gezeigt. Das ist alles so... Das war unglaublich! Gern geschehen. Max? Sophia? Alles okay? Ja, halt dich, Kumpel. Ich muss jetzt wirklich zu. Oh je, jetzt wird's langweilig. Zu meiner Zumba-Stunde. Die Mädchen-Kreatur scheint dafür zu sorgen, dass sich dein Puls und deine Atemfrequenz erhöhen. Vielleicht solltest du mal deine Klappe halten. Siehst du, sie hat dich wütend gemacht. Max, die Ultralinks sind hier, um die Erde zu zerstören. Und deine Energie ist das Einzige, das sie aufhalten kann. Ich bin bei dir, Max! Ich hab ne verrückte Idee. Der war schon außergewöhnlich, dein Vater. Nach rechts. Denke nach links. Lass uns einfach gerade ausfliegen. Okay. Lauf stehen! Na her! Lauf schneller, lauf schneller! Dein Vater. Er wollte die Welt retten. Du bist bereit, Max. Jetzt die Lust, Turbo-Modus! Alles okay? Ja. Nicht viel mehr blaue Flecken als sonst auch. Du bist bereit. Du bist bereit. Du bist bereit. Vielen Dank.